hallo und herzlich willkommen ihr lieben ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer ja ich sag jetzt mal so weiteren neuen folge von norton lights neue folge beziehungsweise weitere neue folge deswegen weil der entwickler wieder ein etwas größeres beziehungsweise ein verhältnismäßig großes update abgeliefert hat mit einigen bug fixes und fehlerbehebungen und wie auch immer und der entwickler hat jetzt empfohlen das spiel aus verschiedensten gründen noch mal neu zu beginnen aus dem ganz einfachen grund weil irgendwelche quest folgen sonst nicht richtig funktionieren könnten und wir sind ja sowieso noch nicht so allzu weit gekommen wir sind ja mehr oder weniger im gleichen gebiet rumgedödelt und des öfteren gestorben ich weiß jetzt natürlich etwas besser bescheid um was es geht also wir müssen uns rechtzeitig um holz und steine kümmern damit wir so schnell wie möglich ein feuer machen können was ich natürlich meinte festgestellt zu haben war ja auch dass das feuer gar nicht wärmte vielleicht müssen wir das einmal am am ende der höhle machen das feuer oder in einem von diesen containern die wir gefunden haben von diesen hütten ob es dann besser heilt wärmt das müssen wir einfach mal testen und auch wenn wir dann eventuell das komplette lager mit den leeren gasflaschen in der luft gehacken keine ahnung was da passieren kann wir müssen uns einfach mal testen wie gesagt ich habe ich nirgends gespoilert ich habe nirgends reingeguckt und wir fangen jetzt einfach mal ein neues spiel an wir haben die historie zur verfügung sandbox kommt bald da ist auch nichts passiert aber wie gesagt der entwickler hat mit der story schon genug zu tun dass er erst mal vernünftig hinkriegt wir lassen es ausgeglichen und starten ladezeiten sollen auch verbessert worden sein ich hoffe dass das auch stimmt wir wollen einfach mal sehen wie gesagt ich habe schon des öfteren erwähnt ich habe einen dicken nerv bis zu einem gewissen grad und ich möchte dem spiel einfach eine vernünftige chance geben und wollen einfach mal schauen wie wir klarkommen ich könnte es mir leicht machen und jetzt so lange warten bis noch zehn updates gelaufen sind und es dann noch mal versuchen aber wie gesagt ich habe keine angst in einem spiel zu sterben und zu fehlen wie gesagt es gehört einfach zu einem survival spiel dazu und ich will ja alle hoffentlich mehr positiven als negativen sachen zeigen und naja september 13th september 13th september 14th abnormal weather conditions damage the homeland's communication line with a secret facility i went on a mission to investigate what happened upon reaching the island we got hit by a massive blizzard und dann und 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 Anthony also wir sehen doch mit dem reveler mit abgestürzt Wir sind nur bewusstlos gewesen und sind wieder wach geworden. Ich weiß jetzt natürlich, wo ich hin muss, aber wie gesagt, das erste Gebiet haben wir ja gar nicht richtig durchsucht, wir schauen einfach mal ganz schnell nach, dass wir ein paar Steine mehr zusammen bekommen und sofort ein bisschen mehr Holz bekommen. Ich denke mal, hier wird die Spielgrenze gleich erscheinen. Ich denke mal, dass nicht gleich zum Anfang ein dicker Bär da sein wird, aber das habe ich ja schon erzählt in der ersten Folge. Ich hoffe, der Ton ist angenehm, weil ich habe nochmal ein bisschen an dem Mikrofon rumgefummelt, beziehungsweise nicht an dem Mikrofon, sondern an den Einstellungen des Mikrofons. Noch geht es uns gut, wir haben 21,3 Grad Minus. Ich weiß, da drüben ist das Ziel, da ist die Höhle, beziehungsweise der Durchgang in das andere Gebiet. Ich will nur mal schauen, ob wir hier noch irgendwas entdecken können. Wir haben in der ersten und zweiten Folge des Spiels einfach zu lange damit aufgehalten, das Lager zu durchsuchen. Es ist immer besser, man regelt erst die Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken, Wärme, Unterkunft, Wärme, dann Essen und Trinken. Mit den schneebedeckten Steinen können wir nicht anfangen. Wir müssen halt Steine suchen, die nicht mit Schnee bedeckt sind. Ich werde jetzt natürlich nicht die erste und zweite Folge löschen oder sowas, das wäre blödsinnig. Wie gesagt, ich möchte schon chronologisch alles zeigen, so wie ich das Spiel erlebt habe oder erlebe. Wie gesagt, ob das in der zweiten Folge mit den Feuern so richtig war, mag ich nicht beurteilen. Ich sage gerade aus wie Hütten. Hier ist es eine Mauer. Naja, vielleicht bin ich schon schneeblind und hapaluzisch. Ich sage gerade aus wie Hütten. Ich sage gerade aus wie Hütten. Ich sage gerade aus wie Hütten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie gesagt, das ist mir jetzt hier in dieser Gegend so unwirklich. Also ich glaube nicht, dass wir da großartig was entdecken können. Wir gehen mal auf unseren Questpunkt zu. Und wir werden uns natürlich darum bemühen, auch was wie möglich an Material dran zu kriegen. Okay. 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 Gut. Wird nicht. da brauchen wir das entsprechende werkzeug zu feuerholz schön aber geht nicht wir brauchen erst stoff noch geht uns temperaturmäßig gut weidenzweig fichtenrinde holzstock so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sooo Sooo So, jetzt ist die große Frage Bin ich jetzt an der... Ne, da ist die Leiche Oh, Inventar Tagebuch, Baupläne, Karten, Inventar Kleidung So, da haben wir jetzt die Lederjacke an Das ist die Fliegerjacke, ist klar Zustand, Fliegerjacke Kälteresistenz 2,5 Grad Celsius Windresistenz 9%, Feuchtigkeit 0 Sprint Bonus, was hat die Lederjacke, Feuchtigkeit 100% Kälte nicht so viel Windresistenz, Windresistenz, Schutz Bonus Fliegerjacke, Fliegerjacke, gegen Feuchtigkeit macht die gar nichts Ja, ich glaube, dann zerlege ich die Fliegerjacke, wir machen Flicken Ne, ähm Zerschneiden Werkt euch Wieso haben wir ein Jagdmesser jetzt auf einmal Moment, da muss ich mich mal mit beschäftigen Das hat der Pilot dann wahrscheinlich gehabt Moment Hm 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 Vielen Dank. So, ich muss mal eben gucken, da komme ich noch gar nicht so richtig mit klar. Stoff gibt das an, gehärtetes Leder, Werkzeug, ist keins drin. So, wenn ich das schreddern will, warum kann ich das hier nicht schreddern? Hm. Kann ich nicht so schreddern, gehärtetes Leder. Stoff. Wir könnten die fliegen mit Stoff, aber das bringt mir doch jetzt nichts, abbrechen. Hm. Hm. Bomber. Da, die, da, die, da, die, da. Nochmal. Inventar. Kleidung. So, wir haben eine Fliegerjacke. Die hat einen Zustand von 94%. Lederjacke hat 45%. Haltbarkeit. Aber links dafür 100%ig bei Feuchtigkeit. Sprintmodus, Schutzbonus 3%, Wasserresistenz 30%, Windresistenz 6%, Gelderesistenz 1%, Zustand 45%. Die wäre doch besser, außer jetzt die Feuchtigkeit. Ja, vielleicht finden wir ja nochmal was anderes. So, da sehen wir das nochmal genau. Die Fliegerjacke ist in allem besser, bis auf Feuchtigkeit und Sprintbonus. Aber ich rüste die trotzdem aus. Fertig. So, jetzt haben wir die Fliegerjacke an. Die Lederjacke. Die möchte ich jetzt zerschreddern. So, und die kann ich ja auch zerschreddern. So, dann gehen wir auf die Baupläne und stellen uns mal... Scharfe Steine haben wir genug. Geborgenes Holz haben wir nicht. Warum haben wir kein geborgenes Holz? Und ein Seil haben wir auch noch nicht. Achso, da müssen wir erstmal ein Seil herstellen. Warte mal... Inventar... Baupläne. Ein Seil herstellen. Craften. Wir craften. Wir craften. Scharfe Steine. Steininventar. Stockinventar. Schlinge. Holzinventar. Ach, das ist sowas. Provisophisches Bett. So. Scharfer Stein. Verband. Pfeile. Röcke. So. Verband. Lagerpfeil. Lagerpfeil. So. So. Jetzt gehen wir nochmal auf das Werkzeug. So mit dieses Beil. Fehlt uns noch geborgenes Holz. Gut. Dann müssen wir das noch besorgen. So. Und das musste ich jetzt mal eben sein. So. Jetzt scheinen wir einen Punkt erreicht zu haben, wo es etwas leckt. Was heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt gleich raus aus der Höhle oder so. Oder hat es gespeichert? Ne. Hat automatisch gespeichert. Gut. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen verschnuppert wieder. Ja, aber Pilze. Ich bin schon am Pilze vorbeigelaufen. Wollen wir uns kurz gucken. Ja, kann sein. Ja. Ja, kann sein. so eigentlich sieht man die pilze ja bin mal gespannt ob die entwickler wie entwickler auch an den standzeiten der werkzeuge gearbeitet haben weil die axt ist ja viel zu schnell kaputt gegangen und das schlimme ist wir haben dann noch nicht mehr holz von den bäumen bekommen aber wir werden sehen wir werden es testen so so ich sammle erstmal alle pilze kann auch sein dass da jetzt schon giftige bei waren ich hoffe die werden im inventar getrennt nach gut und nach böse so das gibt dann auf jeden fall ein feines pilz süppchen so 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 ja ich drücke v so 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 ich weiß natürlich dass da unten was ist das wissen wir alle 완성 man sollt es ja irgendwie mit v entdecken Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Also, tschüss.